Und ganz, ganz herzlich willkommen zu eurem Bürokraten-Assassin-Talk hier bei Warp-Dorst. Warp-Dorst? Dorst. Warp-Dorst? Ja, Warp-Dorst. Weißt du, wenn der Staub nicht mehr reicht, dann muss es einfach das Getränk sein, lieber Max, nicht wahr? Ja, richtig. Ich habe hier leider nichts Alkoholisches liegen, sondern ich habe hier nur einen Tee, um mein Stimmchen euch zu erhalten. Ah, Mensch. Ja. Ich habe tatsächlich diesmal gar nichts. Aber das halte ich schon aus. Ja, also wir reden heute nur eine halbe Stunde. Länger wird es ja heute nicht. Also vorneweg, Leute, die Folge, die wir heute machen und nächste Woche. Also wir nehmen da jetzt alles zum Thema Assassinorum in einem Take auf. Und Administratum ist, wie auf dieser Folge draufsteht, nochmal natürlich auch mit dabei. Das heißt, Kommentare beantworten können wir erst in der übernächsten Folge dazu. Ja. Richtig. Apropos Kommentare. Es wurde jetzt nochmal aufgeklärt. Der liebe Franz hat uns geschrieben. Also nochmal zur Nemorierung der Planeten. Zum Beispiel 1-20-19 ist 120. Expeditionsflotte A, 20. Planet und das Konzept der Kriegerlotion gab es auch schon vorher wie in Band 1 der Horus Heresy. Ah, tja, gut. Also 1-20-19, 120. Expeditionsflotte, 20. Planet. Hm, na gut. Warte mal, die Kriegerlotion, ja, ja, war Band 1, ab wann spielten der? Äh. Der müsste, weil Darwin, äh, ich glaube nicht, dass die Befriedung von Darwin im, äh, in den Horus Heresy, äh, Heresy, in Horus Heresy Romanen, ähm, also der erste Band, der Horus Heresy spielt nach der ersten Befriedung von Darwin. Genau. Also kann das schon gut sein, dass das im ersten, äh, Band, die schon existiert, weil Darwin da ja schon, äh, befriedet wurde. Also man muss ja ganz klar sagen, ich erinnere mich da noch ganz genau dran, es ist ja so, dass irgendwer von Lokens Trupp stirbt. Ich glaube auch. Und, äh, er findet doch dann diese Logenmedaille. Und dann fragt er ja, glaube ich, ähm, nicht Sejanus, sondern sein, sein Kumpel da Nero Vipus, äh, weißt du, was das bedeutet? Und er sagt ja, das kann ich nicht sagen. Ja. Und das ist ja das Erkennungszeichen der Logen, das heißt klar, im ersten Band gibt's die schon, aber wir haben ja erklärt, dass die Kriegerlogen von den World Bearers deutlich früher schon gegründet wurden. Und, ähm, wenn dich das interessiert, Franz, und weil wir sollen ja Buchempfehlungen geben, dann lies mal der erste Ketzer oder warte, bis wir unsere World Bearers Folgen machen. Weil, ähm, da werden wir uns dieses Thema natürlich nochmal genau angucken, wie es einer Legion gelangen konnte, gelingen konnte, nur durch zwei Arschlöcher eigentlich ein ganzes Imperium zu Fall zu bringen. Ja, richtig. Scheiß auf Eridus. Äh, gut. Ähm, mir hat nochmal eine kleine Kritik ereilt, ähm, zum Thema der Psioniker. Ach. Ich weiß gar nicht, wann ich das gesagt hab, ja. Und zwar, ähm, zur Einteilung. Ich hab letztes Mal gesagt, dass Alpha Plus das Höchste ist, was es gibt. Ähm, ich weiß nicht, wann hab ich denn das gesagt? Wir haben, ich glaub, wir haben uns letzte Mal irgendwie auch drüber unterhalten, über unsanktionierte Psioniker. Also, es war eigentlich, also ich erinnere mich an das Gespräch, ob das letzte Folge war oder die davor, weiß ich nicht, aber es ist nicht lang her. Richtig. Ähm, da hab ich gesagt, Alpha Plus ist das Höchste, dass der Imp Alpha Plus ist. Aber scheinbar gibt es noch, äh, Beta Plus, Gamma Plus, etc. Davon hab ich tatsächlich noch nichts gehört. Meine Info war halt, dass Alpha das Höchste ist. Aber das gilt wohl vor allem für, ähm, Xenos. Also ja, Menschen können laut dem guten Felix, unserem Skriptor, ähm, ist Gamma Plus die Grenze, an dem Menschen existieren können. Und danach sind die quasi nicht mehr lebensfähig. Aber sowas wie Elda und, ähm, Tyrannien beispielsweise, hab ich dann noch dazu gesehen, ähm, können wohl noch heftiger sein. Was ich gruselig finde, ganz ehrlich, wenn der Imperator Alpha Plus ist, und, und nicht einfach heftiger sein kann. Oh, ich nehm das jetzt mal mit, äh, ich sag mal so, wie man immer sagt, mit der großen Schlüppe Salz. Weil, ja, ja, ja. Höher als der Imp, hm. Gut, wobei, ich lese gerade, er hat auch gesagt, dass, äh, der Imp höher als Alpha Plus eingeschätzt wird. Aber gut, ähm, dann ist das wahrscheinlich irgendwie Lore, die ich noch nicht gelesen habe. Das, äh, tut mir leid. Schreit fast mal nach einem Psyoniker-Video. Trotz alledem, muss man ja auch mal sagen, äh, Wallmer ist so ein riesiges, gigantisches Universum. Und, äh, ich würd mal sagen, wir wissen eine Menge. Aber, oder einiges zumindest. Aber beileibe nicht alles. Und, äh, klar, jeder hat so ein Thema, wo er recht fit drin ist und wo er mal gerne reinguckt oder so. Aber, äh, wo, oder wo man ihn halt einfach als Experten vielleicht bezeichnen könnte. Aber natürlich können auch wir bei dieser ganzen Fülle von Sachen nicht alles wissen. Also, zum Beispiel über die Garde weiß ich nur rudimentär was. Aber. Das Ding ist halt einfach, wir haben halt einfach normale Jobs und normales Leben nebenher. Also, wir leben ja nicht nur für Warhammer. Was? Muss man ja dazu sagen. Ja. Ich zumindest nicht. Ich hab noch eine Ausbildung nebenher. Aber damit das irgendwann mal soweit ist, Leute, könnt ihr uns auch gerne aufs Daily unterstützen. Wegen Sonderfolgen, Discord, Serverzugang und Co. Und ansonsten guckt doch mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link versteckt. Das ist ein Affiliate-Link von unserem langjährigen Partner, dem Taschengelddieb. Kann man den schon als langjährigen Partner bezeichnen? So lange gibt's uns ja auch noch nicht. Ja, das ist richtig. Aber eigentlich müsste man's sagen, weil, äh, tatsächlich haben wir diesen, diesen, diesen Link und so und das alles schon recht lang mit dem lieben Taschengelddieb. Wir waren einfach nur zu blöd, es euch zu sagen. Ja, also das ist kein Witz. Das ist jetzt, wir haben das Ding im Jahr, ich glaub, 27.01.2023 war, äh. Ja, dieser Link lag quasi ein Jahr lang in Julians Postfach und wir haben einfach vergessen, euch mitzuteilen, dass der existiert. Das ist, also seit diese Verlosung mal bei uns stattfindet, also für, für die, also sind ja jetzt inzwischen wirklich massiv Leute hinzugekommen im Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, wir haben mal eine Verlosung gemacht zu einem kleinen Charaktermodell, was auch tatsächlich jemand gewonnen hat, ähm, der das jetzt zu dem Dark Angel umbaut, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Naja. Aber, ähm. Zweite Legion. Uh. Ja, seitdem liegt das bei uns rum, aber, äh, ja. Ich, ich, also, ihr kennt die Lobes-Himmeln, ist ein bisschen günstiger als bei den großen Händlern, bla bla bla, recht kurze Lieferzeiten. Und persönlich bin ich halt auch einfach, ich fand's halt einfach mega geil, dass ich das Finale der Horus Heresy, ähm, da bekommen habe, an einem Dienstag, während bei anderen sie teilweise jetzt immer noch drauf warten. Es ist der 11.3., ich glaube, 13.3. soll jetzt bei den meisten von Amazon erst da sein oder so. Äh, Belasto, sowas. Ja. Muss ich eigentlich mal überlegen, wie ich das bespreche. Vielleicht mache ich mal eine Videoreize im Finale der Heresy. Na, mal gucken. Gut. Gut, Leute, ähm, ich hab ja gesagt, dass wir Themen haben, wo wir Experten drauf sind oder wo wir besonders Bock drauf haben. Und das Thema heute, da hast ja du, ich weiß nicht, ob du unbedingt mehr Bock drauf hast, aber du wusstest zumindest schon am Anfang mehr als ich drüber. Ja, ich wusste einiges, weil, ähm, ich mich halt, ich hab ja immer gesagt, ich interessiere mich so für die Charaktere, die, ähm, ein bisschen weiter ab sind vom Rampenlicht. Was? Und da passen halt die Assassinen halt auch unglaublich gut dazu. Und ich hab dieses, ich hab vergessen aufzuschreiben, welches Buch das war. Ähm, es gab ein Horus-Heresy-Buch, da wurde eine Mission von vier Assassinen geschrieben. Hieß das nicht Nemesis? Ich weiß nicht, ob es Nemesis war. Warte, ich such das jetzt. Ähm, es war ein sehr geiles Buch, das hat halt die Mission dieser Assassinen beschrieben. Ja, reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Ähm, und ich fand das einfach mega cool. Und hab mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt, hab mir dann ein paar Videos von verschiedenen YouTubern reingeguckt, äh, reingeguckt, reingezogen. Und mir ein bisschen Wickelartikel, genau, Wikiartikel durchgelesen und Reddit-Posts etc. Ja, und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, hey, auf unserer Themenliste oder in unserem Buch der Themen steht ja Assassinen drauf. Drin, drum, herum, wie auch immer. Und das könnten wir mal machen, Julian. Ja. Und, äh, dann dachte ich mir, jau, geil, es interessiert mich sowieso, ich weiß schon ein bisschen was drüber. Warum nicht, ne? Und man muss ja dazu sagen, wir haben halt über die Inquisition bereits gesprochen, wir haben über das Astra Telepathica gesprochen. Ja. Also, die, äh, Navigatoren und, ja, die Assassinen sind so die drittgrößte Macht. Naja, man muss halt jetzt auch das Administratum mal mit reinnehmen, aber über Beamten reden ist langweilig. By the way, das Buch heißt Nemesis, wovon Max geredet hat, ein Art Tartaphorus. Und nochmal ein kleiner Shoutout. Horus-Heresy-Bücher sind sehr teuer, wissen wir. Lösung heißt, der große Bruderkrieg, meiner Meinung nach. Sind zwar die alten von Hayne, die haben nicht alle, aber gerade die ersten Horus-Heresy-Bücher sind immer mal wieder vergriffen. Und wenn ich zum Beispiel hier sehe, gerade Horus-Heresy, ähm, Nemesis beim Shop, den ich jetzt mal nicht nenne, weil die haben uns nichts bezahlt, kostet hier 10er. Ja, wenn ihr uns nichts bezahlt, werdet ihr nicht benannt. Nö, kostet hier einen 10er. Und wenn ich mir das irgendwo anders, hier bei Thalia kostet es schon mal 30 Euro. Ach, das ist sogar nur das Hörbuch. Warte mal, der kriegt in den Schatten. 30 Euro für das Hörbuch? Ja, Alter. Geht lieber zur Audible, Alter. Die uns auch nicht bezahlen. Ja, und? Was kostet, also das ist wirklich, ähm, sehr teuer, muss man sagen. Also, ah ja, siehst du, du kriegst das nicht mal mehr als Buch. Mhm. Taschenbuch. Nee, also als Taschenbuch überhaupt nicht mehr erhältlich. Und als einzelnes Buch kannst du das auch nicht mehr kriegen. Also, in dem Sinne, der große Bruderkrieg. Einfach das suchen, weil das war halt die erste Auflage der Horosherrissie-Bücher. Es ist genau der gleiche Inhalt und so. Ähm, gebt euch das. Das kann man sich mal geben. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, äh, Max, wie machen wir das jetzt? Ähm, naja. Wir reden als erstes so ein ganz klein bisschen mal über die Gründung und die Geschichte. Ihr wisst, das ist voll mein Ding. Also, ähm, werde ich das tun? Julian möchte unbedingt noch so ein bisschen über das Administratum reden. Hallo, ich bin dein Vorgesetzter. Natürlich komm ich vor dir dran. Ich bin der Mann mit dem Gewehr. Ja, aber nichts. Aber ja, man sagt ja aber nicht umsonst. Der Steuerbescheid ist mächtiger als, äh, ne? Mhm. Ähm, ja, Julian wird auch ein bisschen was über die Rolle der Assassinen sprechen, warum es die gibt, was die machen. Und ich erzähle euch dann heute noch ein bisschen was über, ähm, ein paar sehr interessante Anschläge, die die Jungs und Mädels da durchgeführt haben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Max, bevor wir uns mal auf, auf eine Unterbehörde des, äh, des Administratums beziehen. Ja, fang du, fang du mit dem Langweiligen an. Ich höre hier nicht zu. Also, Adeptus Administratum. Also, Admin halt. Na klar, Leute. Äußerlich, ne riesige Beamtenbehörde. Innerlich, genau das. Ähm, ein riesiges Imperium muss irgendwie laufen. Und schon die Römer wussten, äh, nicht nur Eroberung brachte sie voran, sondern Ver, äh, Vergewaltigung. Genau. Ähm, Verwaltung. Okay, okay. Und das macht die bürokratische Abteilung des Adeptus Terra. Ja, die haben Milliarden Angestellte, ist die größte Behörde des gesamten Imperiums und die machen eigentlich alles. Also, von Bevölkerungszählungen, Ermittlung des Zehnten, Informationserfassung, Archivierung, alles. Ähm, was es für, was es da für lustige und seltsame Abteilungen gibt, das, äh, schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, es ist so groß, dass es wirklich Abteilungen gibt, die von einem mehr komplexer Bürokratie überschwemmt wurde und sich seitdem in einer Endlosschleife befindet. Also, es gibt Leute, die produzieren wirklich, damit Anträge in ihre eigenen Abteilung wieder eingehen, produzieren sie selbst Anträge. Wow. Ja, und andere gehen dogmatisch ihrer Gründungsfunktion nach, auch wenn die ursprüngliche Absicht, so wie der Anspruch, nicht mehr besteht. Also, es kann sein, dass halt irgendwelche immer noch Bevölkerungszählungen machen für, zum Beispiel, Planeten, die es nicht mehr gibt. Wow. Und Schätzungen, ja. Oder für die irgendwelche Mitteleinteilen. Ähm, kurzum, Timeline haben wir ja gemacht. Nach 0 M30 sind wir, äh, geendet ungefähr. Nach dem, äh, Triumphzug von Udanor hat das Maikador ins Leben gerufen, zusammen mit dem Imperator. Und Maikador wurde auch der erste Meister des Administratums. Und, ja, die machen nichts gegen Gesetzesvorstöße, schieben das immer nur weiter an andere Behörden. Zum Beispiel die Arbitis, also hier steht wortwörtlich in meinen Notizen, dass Arbitis regelt. Mehr dazu auf YouTube. Wow. Aber, ich sag mal so, niemand ist akribischer als ein Erbsenzähler und wenn dem mal auffällt, dass was fehlt, tja, dann leitet er das gerne weiter. Und so kommt es, dass das Administratum öfter mal kriminelle Handlungen von Schmugglern oder Piraten aufdeckt, weil er verschwundene Schiffe wem fällt es auf? Naja, wenn, dann den, was auch nicht oft ist, aber gemessen an der Größe des Universums, aber ja. Ja, die geben die Handlungen dann ab, aber überwachen immer noch den Prozess dahinter, also gucken sich halt an, wie das abläuft. Und überwachen Millionen, Prozesse, Milliarden und Abermilliarden von Menschen, betrifft das alles. Und entscheiden über diese gesamten Menschenmassen auf Grundlage von Verfahren, Präzedenzfällen, Traditionen und kalter Berechnung, ohne dass da irgendwie mal was persönlich gemacht wird. Also, der Einzelne zählt für das Administratum absolut überhaupt nichts, was einen beim Imperium nicht wundert. Manchmal passieren jedoch Fehler, die Quellen sind dann halt meistens, ja, der Mensch, weil wir haben ja alle Schiss vor Maschinen, zu Recht. Und die einzige Fehlerquelle ist Menschlichkeit, also Ungeneuigkeit, verlorene Daten oder schlichtweg Inkompetenz. Und dadurch gehen halt auch manchmal ganze Welten verloren. Also, wenn du dich mal in einer Zeile, in einer Exit-Tabelle vertippst, kann es sein, dass zum Beispiel eine gesamte Welt in Hungersnot gezwungen wird, weil sie einfach mehr abgeben müssen. Oder einfach nichts bekommen. Ja, das ist das andere. Oder Hilfrufe werden viel zu spät beantwortet und dann kommt eine Flotte ein Jahrhundert zu spät an. Und der Bürgerkrieg, für den sie da waren, ist längst vorbei. Und, ja, man kann sich ja vorstellen, wie so eine riesige überbürokratische Behörde in den Augen der Menschen gesehen wird. Nämlich mit Hass und Furcht. Bisschen wie das Finanzamt halt. Naja. Und das führt tatsächlich regelmäßig zur Rebellion oder zur Stärkung von Chaos-Kulten. Also, die Bürokratie ist zwar das Einzige, was das Imperium rettet und auf der anderen Seite halt auch das, was es vielleicht ein bisschen manchmal in den Abgrund schmeißt. Und die Adepten dabei sind nicht besser. Denn die sind engstürnig und ziemlich weltfremd und geradezu naiv dem Universum gegenüber. Für die besteht alles nur aus Nummern, Zahlen und Listen. Und deswegen kommen sie überhaupt nicht auf den Trichter, dass mal jemand in einen Missstand anprangern könnte. Oder, dass sie getäuscht würden oder, dass sie unterwandert werden. Und das ganze Administratum ist so träge und so komplex, dass das zeitgleich einmal wieder der beste Schutz gegen Unterwanderung oder größeren Schaden ist. Weil du kannst diese Behörde praktisch nicht aussteiten. Wenn du es könntest, könntest du das ganze Imperium lahmlegen. Aber diese Behörde ist so komplex, so inkonsequent und vor allen Dingen so verwirrend, dass sie selber nicht mal weiß, was es alles für Abteilungen gibt. Das ist kein Witz. Der Meister des Administratums hat keine Ahnung, wie viele Abteilungen es überhaupt gibt. Alter. Gut, das klingt nach einem normalen Rathaus. Ja, aber Rathaus ist nicht so extrem wie die. Denn die werden dafür sorgen, dass ihre Listen stimmen. Und wenn es von einem Planeten nun mal 3.400 Überlebende gibt, dann gibt es 3.400 Überlebende. Was, ihr seid 4.400 Überlebende, dann schießen sie 1.000 Leute tot. Und wenn... Ernsthaft? Ja. Wenn 1.000 Adepten sterben müssen, um die Richtigkeit eines Berichtes zu bestätigen, dann sei es so. Nichts ist persönlich auch nicht das Leben der eigenen Angestellten. Alter. Die Inquisition arbeitet mit denen natürlich extrem eng zusammen, weil Information ist ihr Geschäft und die sind basically Google. Und ermitteln teilweise aber auch ständig gegen Teile des Administratums, weil halt bei so einer Riesenbehörde überall theoretisch Korruption ist. Man braucht's, aber man kann sie nicht komplett abschaffen. Und es gab halt schon sehr motivierte Inquisitoren, die ganze Abteilung samt tausender Mitarbeiter hingerichtet haben. Alter. Ist aber auch nötig. Okay, also ich erfahre ja gerade Dinge, die ich noch nicht wusste. Das ist sehr geil. Ja, aber das ist auch nötig, weil ein einzelner Beamter kann teilweise einen Hebel richtigstellen und gesamte Ressourcen eines Sektors gehen in eine andere Richtung. Ne? Ja, das ist heftig. Ja. So, was ist jetzt eigentlich der Zweck dahinter? Das dürfte ich jetzt eigentlich schon recht gut erklärt haben. Die Verwaltenheit alles ist der am wenigsten angesehene Adeptus, aber der mächtigste. Man könnte sagen, sie sind das Öl und Fett im Getriebe des Imperiums. Tatsächlich sind viele Positionen erblich, also... Aber das ranzige Fett. Ja, aber besser als gar keins. Und man muss ja auch sagen, erbliche Positionen klingt jetzt nicht so schlau, aber wenn du so ein hochkomplexes Gebilde hast, ist es doch besser, jemanden auszubilden, der einfach seinen Lebenszweck da opfert. Aber das könnte man sagen, auf der anderen Seite sind das dann wiederum Leute, die nie rausgekommen sind und deswegen engstirnig, naiv und ja, halt auch ziemlich gnadenlos sind, wie anfangs schon beschrieben. Ja, man kann sagen, sie sind recht gelehrt für imperiale Maßstäbe, zumindest die, die in gigantischen Gewölben an Logikmaschinen und Kogitatoren sitzen. Dabei tragen sie grundsätzlich schwarze Roben. Umso höher man dann im Rang aufsteigt, umso mehr Weiß gibt es und umso mehr helles Grau. Also die sehen halt aus wie Münche. Oder vielleicht so ein bisschen wie, wenn ihr Gabba Frons gesehen habt, diese Master. Sie unterhalten auch das Monitorum, also das Depamento Monitorum. Das ist die Verwaltungsbehörde des Astra Militarums, so wie zuständig für die Militärzehnt. Also die kümmern sich da selbstständig drum. Also die gehören zum Administratum, sind aber so gesehen eine Zweigstelle. Die sind auch nicht so zentralisiert wie das Administratum, sondern auf jeder einzelnen Welt gibt es eine Zweigstelle vom Depamento Monitorum. Und die Notrufe von einer angegifteten Welt gehen erst zum Monitorum, dann zum Leiter des bürokratischen Kommandos, dann zum Leiter des Sternensystems, Untersektorkommandant, Sektorkommandant, Segmentumskommandant und schließlich in den wichtigsten Fällen zum Sentatorum Ibrialis persönlich. Und die entscheiden dann mit wie vielen Ressourcen und ob und ja und nein und welche Autorität und Verantwortung man da benötigt, um Verstärkung einsetzen zu können. Kein Wunder, dass Kadia gefallen ist. So, was gibt es da für Abteilungen, um das mal zum Ende zu bringen? Ja, wie gesagt, sehr, sehr viele. Also ja ist so eigentlich die Antwort auf die Frage. Und es gibt einfach Abteilungen, die existieren nur aus Selbstzweck. Also ihr ursprünglicher Zweck ist nicht mehr gegeben, aber sie machen das immer weiter, weil ihre zugewiesene Aufgabe möge erfüllt werden, so gut wie möglich. Das Verstehen der Aufgabe selbst ist ja nicht mehr gewünscht. Also du arbeitest fürs Administratum toll, aber bitte, bitte denk nicht nach. Also das ist wirklich so. Du sollst 50 Anträge am Tag bearbeiten, mach das, geh nach Hause. Ruhe. Wie viele Leute sind das? Zahlen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt sagen, Milliarden, Milliarden, aber Max, es gibt doch so ein paar Gardesoldaten im Universum. Ja, ein paar wenige. Nicht viele, es gibt mehr Space Marines als Gardesoldaten, aber ja. Ja, klar. Wenn man da ein Verhältnis aufstellen ist, was glaubst du, auf ein Space Marine kommen wie viele Gardesoldaten? Äh, viele. Eine Milliarde oder so? Lass mich zählen. Eins, zwei, drei, sieben, neun. Äh, ja, ich würde mal sagen, so zehn Millionen bestimmt. Okay, also paar, so. Und jetzt, stellt euch vor, auf jeden dieser Soldaten kommen nochmal zwölf Schreiber des Adeptus Administratums, die irgendwas dokumentieren, was keinen interessiert. Kein Wunder, dass das nicht läuft. Läuft ja schon, nur sehr langsam, aber läuft. Ja, was gibt's denn da für komische Abteilungen? Depamento Monitorum, hab ich schon erwähnt, militärische Verwaltung, ausschließlich Logistik und so. Also, die machen jetzt nicht Taktik oder so ein Kram. Dann gibt es das Depamento Exacta. Und die kümmern sich um den zweitwichtigsten Zehnten des Imperiums. Was ist denn der wichtigste Zehnt im Imperium, Max? Weißt du das? Menschen. Ja, der Militärzehnt, den ein Planet entrichten muss, das heißt ein Regiment theoretisch pro Planet. Und ja, der zivile Zehnt ist der zweitwichtigste, denn die entscheiden sich beim Administratum, okay, wir haben jetzt Planet X, wie viel kann dieser denn leisten? Und da wird dann die wirtschaftliche Kapazität gemessen und daran geht dann raus, ja, so und so viel, was weiß ich, Getreide, Öl, keine Ahnung, was die auch immer produzieren, geht dann halt ans Imperium. Der ist recht gnadenlos und das Administratum befiehlt auch mal eine Invasion, wenn der Zehnt nicht erfüllt wird. Die holen sich das Getreide dann mit Gewalt. Dann gibt es eine historische Revisionseinheit. Was könnte das machen, Max? Ja, Dinge aus den Geschichtsbüchern streichen oder sich verändern. Tatsächlich, sie überarbeiten die Geschichte, um den Imperator noch glorreicher aussehen zu lassen, suchen auch historische Aufzeichnungen und vernichten die, wenn gewünscht. Ist inzwischen ihre Hauptaufgabe. Denn die wichtigste Aufgabe dieser historischen Revisionseinheit ist die Dokumentenvernichtung, wenn Organisationen wie Orden, Navigatorenhäuser und so weiter und so fort, auch Neidhäuser, alles zu Ketzern erklärt werden. Also während, keine Ahnung, auf irgendeiner Welt irgendwelche Leute sich im Chaos engelten, sorgen die dafür, dass die Schredder heiß laufen. Die haben aber tatsächlich einen Gegner. Und das ist der Logos Historica Verita. Und der Logos Historica Verita ist gegründet von Rebooty Gilliman. Der hat sich das Administratum nämlich angeguckt mit seiner riesigen Excel-Hirnleistung und hat entschieden, ja, nee, wir können ja jetzt hier nicht weitermachen, wenn wir nicht mal wissen, wo wir stehen und wann wir stehen. Demzufolge gab es im Ordo Kronos erstmal einen Bürgerkrieg wegen der Frage der Jahreszahl. Aber das ist eine andere Geschichte. Alter. Ich dachte, Ruderboot Güterman kommt da erstmal rein und hat erstmal neun Zetel der Scheiße wegrationalisiert. Und es wäre wahrscheinlich danach nicht langsamer gelaufen. Wahrscheinlich nicht. Aber nein, also dieser nervige, ewige Krieg beschäftigt ihn ja eine Weile. Mhm. Ähm, der Logos Historica Verita ist halt von Gilliman gegründet worden, weil er gesagt hat, okay, ich versuche jetzt gar nicht erst dann diese Behörde platt zu machen. Ich packe halt einfach noch ne Abteilung rein. Und die haben praktisch die Aufgabe, die gesamte Geschichte seit dem Bruderkrieg wieder zu katalogisieren und aufzuschreiben, um klarzumachen, wie was passiert ist und wer, warum, weshalb irgendwie totgefallen zum Verräter geworden ist. Also im Grunde genommen das, was wir versuchen zu tun. Ja, so ein bisschen genau das. Wir arbeiten eigentlich schon mal vor. Oder nach. Oder zu. Je nachdem. Zeit ist ein Ball. Ja. Habt ihr euch mal gefragt, wo alle Heiler des Universums herkommen? Also die offiziellen, nämlich das Officio Medicae. Ja, die gehören. Medic! Genau. Auch die gehören zum Administratum. Die sind verantwortlich für öffentliche Gesundheit und biomedizinische Fragen. Also öffentliche Gesundheit, da hätte ich im Imperium so keinen Bock drauf. Ich bin verstrahlt. Ohne Scheiß. Ich bin verstrahlt. Hm. Ja. Aber sie haben noch sieben Jahre zu leben, ja. Das heißt noch sieben Jahre Dienst in der Fabrik. Richtig. Ja, die kümmern sich praktisch um Versorgung, Ausbildung, Unterhalt von allen Medicae der Galaxis und sind auch für Quarantäne zuständig, die mit, also für Quarantäne von Chaos verseuchten Planeten, ja. Ah, Chaos zählt also als gesundheitliche Frage. Okay, verstehe. Naja, sowas wie wirbel. Ja, also ihr Konsum von Chaos ist in letzter Zeit ein bisschen bedenklich. Ich als ihr Hausarzt empfehle ihnen, das einzuschränken. Ja, aber man weiß ja, man weiß ja, die Menge macht das Gift, ne. Eigentlich ist ein Chaos vom Abend. Ein bisschen Slanesh-Worshipping hat noch keinem geschadet, Julian. Zumindest noch kein, also ich sag mal so, hat noch keinen dauerhaft umgebracht. Siehe Eidalom. Gut. Dauerhaft. Die Betonung liegt auf dauerhaft. Ja, dauerhaft. Also bleibender Schaden muss man definieren. Je nachdem, was für einen geistes Zustand du danach hast. Ähm, es gibt auch das Logis Strategos. Die analysieren sämtliche Daten von Chaos, Xenos und anderen Bedrohungen und entwickeln halt eine Gegenstrategie. Ja, ich sag mal so, irgendwer muss das machen. Das sehe ich jetzt. Ob das jetzt immer funktioniert? Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sie haben noch eine Unterabteilung und das ist das Monitorum Strategic Intelligence Collective. Ich weiß nicht, wie, also keine Ahnung. Das Intelligenz-Kollektiv. Julian's Englisch ist Yellow from the Egg. Oh, definitiv my very friend. Also mein sehr Freund. Jo, gut. Was machen die? Die schauen sich halt alles an, was mit den Tyrannisen zu tun hat. Also von dem ersten Planeten bis zum letzten gucken die sich alles an, die Schwarmflotten zeichnen alles auf, sollen halt Gegenmaßnahmen dagegen entwickeln. Äh, das haben sie jetzt nicht so ganz hinbekommen, aber sie haben eine Hochrechnung angestellt und die hat ein paar Probleme. Denn erstens kamen sie auf den Trichter, okay, die Schwarmflotten ... Boy, we are fucked. Ja, aber du weißt doch nicht wie. Oh, oh nein. Also erst mal diese Idee, dass die Schwarmflotten nur Splitter eines größeren Ganzen sind. Das ist von denen. Und die haben eine Hochrechnung angestellt, wie gesagt. Das Imperium müsste seine Musterung um wie viel Prozent erhöhen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Tyranniden überhaupt zu überstehen. Lass mich raten, 10.000 Millionen Prozent? Nee, 500 Prozent. Das ist nur, aber das ist eine ganze Menge. Ja, naja, wenn man mal überlegt, dass das gesamte Imperium an sich nur auf Krieg ausgerichtet ist. Ja, gut. Und dann 500 Prozent davon nochmal mehr. Ja, hä, warte mal, dann nehmen wir uns halt die ganzen Paradieswelten, machen da Brutstätten draus und machen halt, keine Ahnung, aus irgendwelchen zerbombten Planeten fünf neue Kriegs und dann haben wir das schon. Okay, dann wäre da noch das Problem mit den Space Marines. Ich meine, das stimmt sowieso nicht mehr. Rechnen wir mal mit 1000 Orden und wenn man das 500 Prozent mal hochdreht, wie viele Space Marines wir dann bräuchten? Ja, das ist auch machbar. Also jetzt mal ehrlich, das Ding ist, das Problem ist ja teilweise, die Space Marines sind ja extrem eingeschränkt worden nach der Heresy. Also die Marines wieder hochzukriegen ist, glaube ich, nicht das Problem. Naja, jetzt vor allem auch mit den Primaris, die jetzt dazukommen und der Einsicht, dass die Sache mit den Orden vielleicht keine gute Idee ist. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall die Rekrutierung durchaus nochmal nach oben gehen könnte. Ich glaube, dass die Orden eine gute Idee waren, aber das haben wir ja schon mal, ich glaube in Folge 4. Ja, für die Zeit, für die Zeit, ja, aber nicht für das aktuelle Setting. Und man muss halt argumentieren, hey, sie haben halt fast das Universum und die Realität zerstört, aber okay. Ja, hey. Nun. Details. Dann gibt es noch die Notare der 10. Kammer Subsektor Planetenzählung, in Klammern Apumane. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Und die gucken sich alle apumanen Unterarten der Menschheit an, von Halbling bis Orgrin. Was kann man dazu sagen? 46 davon sind ausgestorben. Also von den Unterarten, nicht von diesen Subsektor-10-Kammern. Über 12 gibt es seit Generationen keine Daten mehr. Sie sind entweder ausgestorben oder intrigiert. Und somit verbleiben 15 nicht eindeutig geklärte und abhängige, ähm, also die Daten sind abhängig von der Zweigstelle, über die wir jetzt nicht so direkt wissen, was mit denen ist. Ach so, und sie prügeln sich ständig intern über den Homo Sapiens Giganticus, aka über den Orgrin, ob der jetzt ein Abhumaner ist oder dann doch ausgemeindet werden soll. Aber er ist halt einfach ein bisschen zu praktisch. Wurden die Rattlings eigentlich geradconnt mittlerweile oder zählen die als ausgestorben? Rattlings sind doch Halblinge. Ja, ja, genau. Also meines Wissens, nee, es gibt doch noch welche. Also ich glaube in irgendeinem... Ich dachte, die sind ausgestorben. Also dass es die nicht mehr gibt. Also ich erinnere mich, dass in irgendeinem Feuerbringerbuch, äh, nicht Feuerbringer, äh, Feuerdämmerungsbuch ein Rattling vorkam. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich muss nochmal nachgucken. Aber letztendlich, glaube ich, kann man da sowieso nie eine, äh, richtig vollkommene Aussage treffen. Ich meine, hey, Squads. Ja, abgesehen davon, wir wissen ja, es gibt nur einen Mann im Universum, der die absolut richtige, wahrste Wahrheit hat und das sind nicht wir. Dafür müsst ihr zu Adeptus Anibris gehen. Wir haben nicht die absolut richtige Wahrheit. Die haben halt eine Wahrheit. Die haben halt eine Sichtweise, die man schützen kann. Richtig. Wie, 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 wie war das mit dem kotzenden Korn, der immer wieder ein Ziehenstabier Rind rein ist? Mhm. Und mal drei, vier Ecken kommt raus, kotzt, wieder rein, drei, vier Ecken, kotzt. Gut. Das ist die, das, das ist, äh, ja, das ist die einzig richtige Wahrheit. Genau. Aber es gibt noch eine weitere Behörde, die inoffiziell dazu gehört. Aber es heißt das Officio Assassinorum. Es ist ein Inoffiziell des Administratums. Und nächster Punkt heißt mit Caps Lock geschrieben Max Teil. Max Teil. Okay. Fertig. Ähm, Officio Assassinorum. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Was das macht, oder? Also, äh, 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 ich setze einfach mal so viel Intelligenz bei euch voraus, dass ihr wisst, was, äh, dessen Aufgabe ist. Aber wo kommt dat denn her? Also, irgendwann am Anfang des frühen Großen Kreuzzuges gab es ein paar, äh, Äh, Anhänger des Imperators, denen so klar geworden ist, naja, der Imperator befreit einen Planeten und dann zieht der weiter. Und danach, naja, der hinterlässt halt irgendwelche Gouverneure, aber teilweise sind die nicht loyal oder es passiert irgendwelche, es gibt irgendwelche Aufstände etc. Und diese, es waren übrigens sechs an der Zahl, die dachten sich so, naja, wir fliegen immer so ein System hinterm Imperator und räumen dann so ein bisschen dort auf. Halt im Untergrund und haben halt, ja, Anschläge ausgeführt, Leute halt umgebracht, die sich gegen den Imperator gestellt hätten etc. Irgendwann ist denen aber klar geworden, naja, wir sind zu sechst, das Imperium wird immer größer, wir können nicht überall gleichzeitig sein und irgendwann sterben wir halt auch einfach. Was? Nein. Ja, tatsächlich, deswegen haben die sich dazu entschieden. Ja, jeder für sich so eine Art Tempel zu gründen. Übrigens, die Aussage, habe ich gerade wiedergefunden, auf die sie sich dort beziehen, vom Imperator, ausgesprochen auf dem Mount Vengeance, also auf dem Berg der Rachsucht oder wie auch immer. Auf der Welt Thor, so geschrieben wie Thor, der Donnergott. Da hat er gesagt, no world shall be beyond my rule, no enemy shall be beyond my wrath. Also im Grunde genommen so viel, keine Welt wird außerhalb meiner Regierung oder meiner Macht sein und kein Feind wird außerhalb der Reichweite meiner Vergeltung sein oder meiner Wut oder wie auch immer. Deswegen, ja, aufgrund dieser Aussage haben sich diese sechs dazu entschlossen, das zu tun und diese sechs hatten die Namen Kaledus, Venenum, Kolexis, Vindicare, Eversor und Vanus. Da hätte ich mal eine Frage zu. Ja. Die hatten ja dann immer so ein, also heißt das jetzt Sire oder Sir Vindicator zum Beispiel? Ich weiß es nicht, also wenn du S-I-R geschrieben hast, dann ist es Sir und wenn du S-I-R-E hast, dann ist es Sire. Ja, dann ist es Sire, also das stand halt nämlich da bei mir immer drin, das Sire, also Vindicare zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, wer davon welches Geschlecht hatte, ich weiß, es gibt Lady und Sire, aber wer, was ist mir eigentlich völlig ille. Es ist, also zumindest, es ist auch echt schade, dass wir darüber wirklich nichts wissen. Ja, es gibt über diese Gründungsmitglieder außer ihren Namen nichts an Lore. Wir wissen einfach nichts über die. Die haben zusammen mit dem guten Malkador dieses Officio Assassinorum gegründet, also die waren im Grunde, man muss sich das vorstellen, die sechs haben angefangen quasi, ihr habt einen Helden und die sechs sind eben so hinterher geeiert und wollten quasi so, ja, das, was der halt aufgebaut hat, erhalten und Malkador hat dann irgendwann gesagt, jo Leute, ihr habt selber einen gesehen, alleine ist scheiße, wollen wir das nicht in größerem Maße machen und ja, er hat dann mit denen das Officio Assassinorum gegründet, da gibt es immer die sechs Direktor Primus oder Primus Direktoren, wie auch immer, von den sechs großen Haupttempeln und einen Großmeister. Und der erste Großmeister des Assassinorum war natürlich Malkador, wer auch sonst. Und die haben ein paar sehr wichtige Dinge vollbracht, nur um ein paar zu nennen. Wir gehen auf einige später nochmal genauer ein. Das erste, wo sie wirklich herauskamen, auch in der Strategiebesprechung des Imperiums Teil waren, war der Anschlag Aphorus. Ja, darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Also tatsächlich über die ganze Story jetzt so noch nicht. Nicht, aber ich komme nachher nochmal kurz dazu aufzusprechen. Führte zum Bief zwischen Wall und Waldor. Ja, aber wirklich. Okay. Dann gab es so was, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, in deren Geschichte, also ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Anschläge eingehen, das kommt später, nur für die Geschichte. Es gab mal einen Kallidus-Assassin, der nannte sich Zitz Jarek, der wurde irgendwann abtrünnig. Und der hat einen Anschlag auf den damaligen Großmeister verübt, das war M36, also noch ein Stückchen nach der Horus Heresy. Er hat einen Anschlag auf den Großmeister gemacht, aber der Großmeister hat das vorhergesehen und hat deswegen, also ein Kallidus-Assassin ist jemand, der sein Aussehen verändern kann. Und der hat deswegen einen anderen Kallidus-Assassin sein Aussehen annehmen lassen. Und dann wurde dieser Kallidus-Assassin anstelle des Großmeisters erschossen. Und das Ganze endete in einem Krieg im Imperialen Palast. Damals waren die ganzen Tempel der Assassinen noch auf Terra. Die haben sich im Imperialen Palast bekriegt und es ist auch die Rede von Atomwaffen, die dabei eingesetzt wurden. Also es ist ein bisschen eskaliert dort, um das mal so zu sagen, was dann am Ende zu zwei Dingen geführt hat. Erstens hat man die Tempel der Assassinen aufgeteilt und gesagt, so, der geht jetzt an das Ende der Galaxis, der geht an das Ende. Man hat die quasi von Terra runtergeschmissen, weil man gesagt hat, Alter, das geht so nicht. Natürlich, also wenn ihr euch untereinander bekriegt, auf Terra ist keine gute Idee. Und zweitens, wenn einer korrumpiert wird, dann ist das Risiko viel, viel kleiner, dass die anderen korrumpiert werden, wenn ihr nicht auf dem selben Planeten seid. Also hat man gesagt, jo, ihr macht euch jetzt ab. Das hatte der Elbasaur-Tempel sowieso schon vorher gemacht. Also das waren die einzigen, die von Anfang an nicht auf Terra waren. Ich komme später darauf zu sprechen, ihr werdet, nee, nicht später, nächste Folge, Entschuldigung. Ihr werdet also dann in einer Woche, wenn ihr euch die Folge anhört, definitiv verstehen, warum die von Anfang an nicht auf Terra waren. Aber ansonsten, der Rest wurde dann halt verteilt in der Galaxis oder im Imperium. Das Imperium ist ja nicht die komplette Galaxis. Also doch, natürlich, wenn ihr einen Inquisitor fragt oder euren Kommissar, dann ist das die ganze Galaxis. Also Kommissar des Vertrauens. Richtig. Und als zweite Reaktion wurde der Ordo Sicarius geschaffen. Was ist das? Das ist ein Inquisitionsorden. Und der ist nur dafür da, ein Auge auf die Inquisition, äh, auf die Inquisition, auf das Assassinorum zu haben. Das heißt, ähm, ja, dass die halt darauf achten, dass die keine Scheiße mehr bauen und die Assassinen werden nur noch von höchster Stelle beauftragt, also vom imperialen Art, also die High Lords of Terra. Genau. Das ist erstmal alles Wichtige, was wir zur Geschichte von denen wissen. Also wir wissen einiges zur Gründung, wir wissen so ein paar wichtige Punkte, aber es ist halt mit die geheimste Organisation oder größere Organisation des Imperiums. Und die sind dazu gemacht, dass man nicht viel über sie weiß, ne? Ähm, Julian, aber jetzt erzähl uns noch so ein bisschen mal was darüber, warum die eigentlich gegründet wurden. Ich hab das ein bisschen angesprochen, aber was machen die und wie und warum überhaupt? Naja, der Grund, warum man die halt gegründet hat, ist basically, es gibt Ziele, die nicht jeder ausschalten kann, ne? Und die halt auch nicht, sag ich mal, von einem Space Marine oder irgendwem anderes erledigt werden sollten. Und zumal man auch sagen muss, es ist vielleicht auch nicht so gut, immer auf alles bei Space Marines und Primarchen zu setzen. Das war ja so ein Ding. Der Imperator wollte ja ein Imperium der Menschheit und kein Imperium der Übermenschen. Demzufolge ist es vollkommen logisch, dass er und Maikador sich rangesetzt haben und aus den sechs gefährlichsten Attentätern von Terra irgendwann natürlich dieses Assassinarum aufgebaut haben. Und die sind praktisch dafür da, um Bedrohungen, sag ich mal, manchmal oder oft auch einfach dann schon auszuschalten, bevor sie halt entstehen. Man sagt immer so schön, das Assassinarum nimmt die Welten so, wie sie sind und nicht so, wie man sie gern hätte. Aber, wie funktioniert denn das jetzt? Also, jedes Kind, was zum Assassinarum kommt, ist eine Weise von einer Todeswelt, einer Makropolwelt oder einer Feral-Welt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich würde es vielleicht Wilde-Welt nennen. Kennst du sowas? Also so eine zurückgebliebene Welt. Ja, genau. Also zurückgeblieben kann in dem Fall heißen, das können Stammeskulturen sein, das kann aber auch einfach ein Ritterkönigreich sein. Ja. Sowas gibt es ja auch. Und die gehen dann zur Scola Progenium. Weißt du, was eine Scola ist? Ja, das ist eine Akademie quasi für ursprünglich für die ganzen Weisen der imperialen Offiziellen. Also wenn du so einen General hast und der hat ein Kind und der General stirbt dann halt, weil er halt seinen Job macht, dann wird dieses Weisenkind halt über die Scola Progenium ausgebildet. Genau. Also nicht nur Generäle, auch Offiziere, Kommissare, so. Ja, genau. Jeder, der, ich sag mal so, jeder, der wichtig ist und kein Keuschheits-Eid geschworen hat oder noch beide Köthen hat. Der, was in der Garde natürlich auch nicht auf jeden zutrifft. Ja, muss man sagen, so eine Granate. Wenn einem die Eier weggeschossen werden, ist das halt doof. Wollte ich auch grad sagen. Nun, diese Kids gehen halt in das Scola Progenium und ja, wie Marc schon gesagt hat, ist die zuständige jeweilige Zweigstelle des Administratums, über die haben wir ja extra gesprochen, für Waisenkinder. Und da kommt das Administratum und das Offizio jetzt zusammen, denn es gibt ja in der Scola Progenium eine sehr harte Ausbildung. Sie lernen halt, sie sind treu bis zum Tod. Das sind auch die Orte, die manchmal gestürmt werden, wenn die angegriffen werden, diese Planeten und die verteidigen sich manchmal auch noch recht krass, je nachdem, wie viele Jahrgänge es in dem Jahr dann noch gibt. Es ist halt wie so eine Schule, bloß halt, man lernt sich geistig zu stehen, körperlich zu stehen und halt treu bis in den Tod zu sein und auch auf Befehl zu sterben, wenn es sein muss. Und ja, die meisten Kinder werden tatsächlich Repestus Scions oder dieses Scions, wie man die ausspricht, weiß ich jetzt nicht, aber diese super krassen Inquisition. Repestus Scions, glaube ich, ja. Ja, diese super krassen Inquisitionstruppen, da müsste man auch mal was in irgendeiner Form zu machen, die sehen nämlich cool aus. Oh ja, aber da werden nicht nur die draus, sondern da werden auch so, da kommen Inquisitoren her, da kommen Sororitas her, da kommen Kommissare her, also alles, was ein bisschen höher ist. Da kommen auch Admiräle her, Generäle, etc. Also eine ganze Menge krassen Scheid. Das Militär erzieht sich praktisch selbst. Ja, ja, genau. Und da kriegen die halt, je nachdem, was deine Spezialisierungen sind, sag ich mal, wirst du dann eingeteilt, wo du hinkommst. Aber was hat das denn jetzt eigentlich mit dem Officio Assassinorum zu tun? Naja, es gibt einen sogenannten Auswahltag und dort kommt eine dunkle Gestalt vom Officio und schaut sich die an, die besonders gut im Töten sind, also richtig gut. Und die nimmt da mit auf ein Schiff. Und auf diesem Schiff beginnt bereits das Training. Man muss tagelang mit wenig Nahrung, Licht oder Luft auskommen und ständig gegeneinander kämpfen. In völliger Dunkelheit, in blendendem Licht, Schwerelosigkeit oder mit künstlicher Schwerkraft, also die sogar noch hochgedreht ist. Hits oder Kälte, kurzum, ist eine tolle Reise, die 90% der Leute dahin rafft. Die 10% überleben, überleben manchmal auch nicht, weil es immer noch sein kann, dass der Gesandte des Officios, was übrigens kein fester Rang ist. Das kann halt ein einfacher Assassine sein, der ausgewählt worden ist. Das kann aber auch jemand sehr Wichtiges sein, je nachdem. Aber der kann halt einfach entscheiden, ja, von euch ist keiner würdig und knallt halt einfach alle ab. Oder ist es halt einfach am Ende keiner übrig. Genau, dann war keiner würdig. Ja. Ja, auf Terra, wenn man mal das schafft, dann geht es zur nächsten Stufe und da wird man schon auf die Tempel verteilt. Und jeder von denen hat eigene Bräuche und Geheimnisse und da kümmern wir uns nächste Folge auf jeden Fall drum. Und es gibt viel mehr Tempel, als jetzt wir aufzählen könnten und viele sind geheim. Man trainiert auf jeden Fall 10 Jahre lang dort und sie werden immer, immer härter, haben eine extrem hohe Schmerztoleranz, sind psychoindoktriniert, sind Hypnose-affin und resistent, sehr strenge körperliche Tests und verarbeiten eine riesige Menge an Informationen und sind gewappnet gegen Steroide und Stims. Das sind teilweise so viele Informationen, da würde den Space Marine mit kollabieren. Das ist aber nur die Oberfläche von dem ganzen Kram. Die Tempel haben Waffen, die hat Malkator sich ausgedacht, die hat der Imperator sich ausgedacht. Oder der Imperator selbst, wurden dann aber zu gefährlich für so die allgemeine Kriegsführung angesehen und wurden dann einfach weggesperrt. Und ja, die Dinger hat das Officio Assassinorum. Und sie sind ausgebildet praktisch so ein Multitool für fast jegliche Attentäter-Missionen. Sie können außerdem fast alles fahren, segnen, reparieren. Sie können sich perfekt in eine Gesellschaft einfügen. Sie verfügen über fundiertes Wissen über Geschichte, Organisation, Anatomie, Physiologie und Sprache. Sie können heilen, also wirklich, oder Schaden austeilen, je nachdem, was man möchte. Wissen auch einiges über Xenos, zumindest das, was man wissen kann. Und der Schlüssel zu dieser ganzen Überkompensation sind die OPs, die sie erhalten. Denn sie werden ja komplett augmentiert und durchgenommen, kriegen Muskeln eingesetzt, werden verbessert bis zum Get-No. Genau. Und sie kriegen auch leistungssteigernde Substanzen in den Körper gespritzt und Todmannschalter. Also Assassinen können auch per Knopfhuch getötet werden oder sich selber töten. Das kann auch passieren. Und ja, diese Augmentation selbst kann aber nur auf Terra passieren. Denn das ist wohl so gefährlich, dass das Assassinorum nicht riskieren will, dass es irgendwo außerhalb vom Terra ist. Also nur diese Stelle zur Augmentation. Und die Leine, die sie hält, ist sehr, sehr fest. Denn die gesamten Assassinen sind scheiße gefährlich. Und ja, es braucht eine erfolgreiche Petition an die hohen Senatoren zu Terra. Also nicht den großen Senat, sondern die oberen sechs oder acht. Ich weiß nicht, wie viele das gerade sind. Und bei denen muss es auch noch eine zweidritte Mehrheit reichen, um einen von denen zu entsenden. Sie sind die größte Waffe der Menschheit. Also als Einzelperson wahrscheinlich sind sie das Tödlichste, was es gibt. Ich meine, die können Space Marines umlegen. Oh ja, und das nicht wenige? Nee, und sie versagen extrem selten. Ich meine, das erinnert mich dran, es gab, also es gibt definitiv eine Assassinorums-Zentrale auf Terra. Auch wenn nicht alle Tempel auf Terra sind. Und da sitzt ja der Großmeister des Assassinorums. Der sitzt ja auch im hohen Senat zu Terra. Und als dieser gestürmt wurde, war das, glaube ich, War of the Beast war das gewesen. Da waren da, glaube ich, ziemlich viele Space Marines. Also über 100 definitiv. Und gerade so, weil ich bin nicht irre, ich habe War of the Beast aber auch nicht gelesen. Ähm, und ja, da waren auch 100 Attentäter. Wisst ihr, oder weißt du, wie viele Überlebende es nach diesem Kampf gab? Keiner. Doch, einen. Maximus Tharn. Aber das wohl nur aus Glück. Ja, gut, aber ich, okay. Ja. Ich dachte, es hat keiner überlebt. Nee, Maximus Tharn hat das tatsächlich überlegt. Und den Großmeister des Assassinorums tatsächlich umlegen könnten. Aber das so jetzt erklären soll. Warte mal, aber War of the Beast war doch vor M36, oder? Müsste. Ja, dann waren die noch alle auf Terra. Ja. Sind ja erst danach zerstreut worden. Bis auf den Eversor-Tempel. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch eine Assassinorums-zentrale auf Terra. Wie gesagt, mit dem Großmeister und Co. Und ja, dass man sich da gegenseitig umgebracht hat, wundert mich gar nicht. Aber tatsächlich sind wir jetzt in dem Sinne schon wieder durch. Ja, ich würde jetzt nur noch mal kurz über die Notable Actions sprechen, Julian. Stimmt. Also, wen, Max, haben diese Leute denn erschossen? Erschossen oder versucht zu erschießen, ist ja auch immer so eine Sache. Wir hatten vorhin kurz über den Anschlag auf Horus gesprochen. Den haben sie versucht zu erschießen und sie hätten ihn sogar erwischt, wenn es Horus gewesen wäre, auf den sie da geschossen haben. Leider hat der Windycare-Assassin, er hat sein Ziel getroffen. Nur war das halt Ziel nicht sein Ziel, sondern ein Body-Double, sag ich mal, der sehr aussah wie Horus. Und ich denke, so wie das in dem Buch dort beschrieben wurde, ist da auch noch ein bisschen Warp-Shananigans mit drin gewesen, dass man den für Horus gehalten hat. Aber es war nur einer seiner Captains, dem da die Birne weggeballert wurde. Also, ja, was ist da passiert? Also, was ist da passiert? Da wurde eine Gruppe von Assassinen hingeschickt. Die bestand aus einem Windycare-Assassin, also einem Sniper, einem Eversaur-Assassin, also einem, ja, wie drückt man das aus? Berserker? Also, ja, keine Ahnung, nächste Folge gucken wir mal drüber. Aber sagen wir einfach Drogen, Messer, Pistole und sehr viel Problem. Und Hass, sehr viel Hass. Einem Venenum-Assassin, es waren fünf Assassinen, fällt mir grad ein. Genau, einem Venenum-Assassin, also Gift, einem Kalidus-Assassin, also einem Shapeshifter und einem Vanus-Assassin, also einem, ja, informationssammelnden Dude. Gut, die fünf haben versucht, Horus zu töten. Sie haben es beim ersten Mal, haben sie verkackt. Das Ganze hat tatsächlich, also die ganze Mission hat neun Jahre gedauert. Also, die waren, bevor alle tot waren, Spoilers, es sind am Ende alle gestorben. Bevor alle tot waren, hat das Ganze neun Jahre gedauert. Und sie haben immer wieder versucht, irgendwie eine Chance zu kriegen. Aber die Chance, die sie hatten, die, also die scheinbare Chance, die sie hatten, die ist schiefgegangen und am Ende waren alle tot. Die haben sich noch mit einem Dämonen angelegt. Spear nannte sich das Vieh, das wollte den Imperator angreifen. Das ist auch, also, auch eine sehr interessante Sache gewesen, die Story drumherum. Aber, ja. Dann, M31, gab's einen Anschlag auf Curse. Und der war erfolgreich. Da hat sich eine Kalidus-Assassin in seine Festung geschlichen. Also, geschlichen, jeder wusste, dass sie da ist. Aber, äh, Danny Curse hat gesagt, keiner soll sie dran hindern, zu ihm zu kommen. Ähm, die hat ihm den Kopf abgeschickt. Ausgeschnitten, also, dummerweise, äh, also, es gibt eine Videoaufnahme dazu. Die ist aber kurz vorm tödlichen Schlag, bricht die ab. Also, wir haben keinen eindeutigen Beweis, dass Curse getötet wurde. Aber, äh, die hat dann seinen Kopf abgesäbelt, hat noch ein paar, äh, Kleinigkeiten da aus seinem Thronraum mitgehen lassen, hat sich verpisst. Was nicht heißt, dass der Typ tot ist. Ja, richtig. Also, man muss halt jetzt inzwischen wirklich sagen, dass kein einziger Primarch 100% tot ist. Kein einziger. Richtig, weil das alles, im Grunde genommen, also, na, Hose, doch. Nein. Hose Seele wurde komplett zerstört. Haha, wurde sie das? Ich hab das Buch gelesen und ich kann, ich könnte zwei, also, ich sag mal so, es gibt mehrere Aussagen. Bei dem Ende der Hose Heresy zum Beispiel, der Imperator zerstört, Hose Seele, Sangrinius hinterließ, einen letzten Kratzer, erhielt eine Rede bei seinem Ende, ähm, was weiß ich, ein Kustodes, ein Garde-Soldat, irgendwer hat dem Imperator Zeit erkauft, Rogaldorn, Trogi nach Hause, ähm, joa, da stimmt einiges von einfach nicht und ist einfach nur imperiale Propaganda. Aber dazu sag ich, ich werd das noch verarbeiten in irgendeiner Form. Okay, halt die Klappe, ich muss diese Bücher lesen. Halt, jetzt ist, reicht, okay, ist in Ordnung, okay, nee, äh, nee, ich, nee, okay. Es bleibt spannend. Ja, alles klar, also, hat Curse getötet, ähm, ist mit dem Kopf Richtung Terra aufgebrochen, ist da leider nicht angekommen, ähm, wurde, gibt's ne sehr, äh, coole Buchreihe dazu, wurde, ähm, ja, abgehalten. Von ein paar Nightlords, ihr wurden die Augen rausgepiekst, die Trommelfälle durchstochen, ähm, und am Ende, ja, die Gedärme rausgerissen. Was, ganz ehrlich, für Nightlords noch harmlos ist, um es mal so zu sagen, aber, ja, war kein schöner Tod, den sie hatte. Ähm, was ich noch ganz nett fand, M32, um genau zu sein, 546 bis 646 M32, gab es einen, sogenannten, also einen gewissen Drakan, äh, Wengerich. Und, und, der war einfach mal der Meinung, dass er jetzt einfach mal alle Highlords assassiniert, das hat er gemacht, alle Highlords waren tot, und er fand's da lustig, irgendwie so Anarchisten-Herrscher zu spielen. Ähm, also wir hatten wirklich 100 Jahre quasi Anarchie, was für das Imperium jetzt nicht allzu besonders ist, aber war halt scheiße. Also auf Terra zumindest. Ähm, bis dann halt ein paar Space Marines gesagt haben, äh, nee, ist nicht. Hattest du vorhin ja erwähnt. Die haben dem Ganzen dann ein Ende gesetzt und haben neue Highlords eingesetzt und dann war wieder alles cool. Da haben die Castodes übrigens nicht eingegriffen, das war noch die Zeit, wo die Castodes sich gesagt haben, nö, wir sind scheiße, wir kommen nicht aus unserem Tempel, äh, aus unserem, äh, aus dem Palast raus und, äh. Wir sind nicht Teil eures Imperiums. Ja, ich weiß, aber trotzdem, äh, hätten sie sich da, ja, egal. Gut, das ist, äh, eine andere Sache. Kommen wir, ähm, zu einer ganz lustigen Sache, 990 M32, da soll ein Calyxis-Assassine einen Chaos-Zauberer töten und das ist extrem witzig, weil die in diesem Kult und seine, seine Garde, die besteht aus, äh, Rubrik-Marines. Und Dämonen. Und die sehen halt nicht so wie jeder andere, sondern die haben so eine Warp-Sicht, also die sehen eher deine Essenz. Und es ist ein Calyxis-Assassine, ist ein Pariah. Der hat keine Warp-Essenz. Das heißt, der ist einfach da durchgelaufen, ohne irgendwas, ohne sich zu verstecken oder sonst irgendwas, ist einfach straight an den Wachen vorbeigelaufen, hätte quasi abklatschen können und hat den Typen umgebracht. Und das ist einfach, ähm, eine der geilsten, ähm, Anschläge, die ich, die ich gelesen habe. Ähm, 500 Jahre später, also so ungefähr 500, äh, 340 M33 ist was ziemlich Ekelhaftes passiert. Äh, da gab's einen, äh, Calydos-Assassin, der hat sich als, also die wollten einen, äh, Gouverneur erpressen mit seinem neugeborenen Baby. Und das mussten die dieses Baby irgendwie aus der Obhut dieses Gouverneurs rauskriegen. Was hat also der Calydos-Assassine gemacht? Er hat sich als Hebamme oder als Amme verkleidet quasi, oder ist halt zur Amme geworden. Ne, das ist ja das Ding von den, äh, äh, von den Calydos-Assassinen. Ist da reingegangen und hat seinen Körper dann so verändert, dass er dieses Baby quasi aufgefressen hat. sich als schwangere Frau ausgegeben hat, aus diesem Anwesen raus ist und so dieses Baby sichergestellt hat. Das ist, äh, ja. Also, Calydos, das sind diese immer dargestellt mit dieser Klinge, ne? Also mit diesem, ja, diesem, diesem schwarzen Latexanzug. Ja, diese, also sehen halt immer nach Frauen aus, was aber halt einfach nur, also stimmt halt so einfach nicht. Muss man einfach sagen. Ja, ursprünglich waren's, also häufiger Frauen als Männer, weil die einfach besser auf dieses ganze Gedöns da reagieren. Aber, ähm, ja, so werden die halt dargestellt. Ähm, mach mal einen kleinen Sprung zu 301 M37. Da gibt's einen Windiker-Assassin, das ist ein Sniper. Und der beendet eine heretische Predigt eines Kardinals über eine sehr, also mit einer sehr bestimmten Art und Weise. Und zwar ballert er dem in seinen Mund, während er irgendeine Hymne singt. Warum das wichtig ist, dass er ihm direkt in den Mund schießt, weiß ich nicht, aber, äh, so war es dort dargestellt. Naja, es ist halt typisch so, seht das Wort des Imperators, bam. Banz weg damit. Ähm, ebenso ein Windiker-Assassiner hat auch mal einen War verhindert, äh, in M40, 718. Und zwar nicht, indem er den, äh, den Anführer, den Warboss von denen umgeschossen hätte. Nein, nein. Der hat gerade, also dieser Warboss hat gerade einen Garganten gebaut. Und der Windiker-Assassin hat einfach seine, eine seiner vielen verschiedenen Patronen genommen. Und, äh, gerade die rausgepickt, die halt explodiert, wenn sie einschlägt. Und hat den, äh, Reaktor dieses Garganten einfach zerschossen. Das Ding ist hochgegangen. Hat dabei den Warboss und den Großteil der Mac-Boys umgehauen. Und hat dann dazu geführt, dass, naja, die restlichen Orks sich dann halt geprügelt haben um die Vorherrschaft. Und damit hat er einen War verhindert. Das ist übrigens auch etwas, was hin und wieder mal bei Orks gemacht wird. Also, man, also das ist die Strategie des Imperiums, dass man jetzt nicht die Orks exterminiert, indem man sagt, wir gehen jetzt rein und ballern die alle ab, weil das bringt sowieso nichts. Weil die sich halt übersporen, fortpflanzen und das ist, ja, hat keinen Sinn. Sondern du tötest einfach den stärksten Ork und dann bringen die sich einfach gegenseitig um. Ne, Kosten-Nutzen-Abwägung. Äh, ja, Julian, aber jetzt, jetzt sind wir am Ende. Hier, das waren einfach nochmal ein paar, äh, lustige, interessante und ekelhafte Anschläge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Ja. Und vergesst nicht, uns mal positiv zu bewerten. Richtig, negativ nicht, ja, das wollen wir nicht. Und dann kommt ja der Inquisitor zu euch. Also, das ist gerade nochmal ein Shoutout an alle Leute von Spotify. Wir haben ja noch, also wir wollen ja unbedingt auf 500 gute, schöne Bewertungen kommen. Julian, Julian möchte das. Ja. Nein, wir, wir. Ihr, ihr, ihr wollt das. Ähm, ich meine jetzt. Nein, wir, wir sprechen im Plurales Majestatix. Ah, oh, ah, oh. Wir möchten das. Der Linguist, der Linguist in mir, dem ist gerade, puh, naja. Wolltest du gerade Linguistiker sagen? Ja. Ich hab das gehört. Der Linguist, 495 positive Bewertungen haben wir ja gerade. Ich bin mir sicher, wenn ihr das hört, sind wir längst über 500. Aber, Leute, ich sag, die 500 ist nicht mehr fern, aber es gibt da am fernen Horizont einen Feind, der gerade bei 630 steht. Das können wir denen nicht durchgehen lassen. Nafzade, in dem Sinne, Leute, bewertet uns, folgt uns auf Instagram, unterstützt uns bei Steady, schaut bei Taschengeldieb mal rein. Assassinen, ja, eine Stunde, in dem Sinne, Hydra Dominators und tschüss. Ja, Hydra Dominators, macht's gut. Weitra Dominators mit der Linguistik von 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 der Linguistik Bis zum nächsten Mal.